Hi, hier ist Lou von Whispers and Sounds und das heute Video, wie ihr im Titeljahr schon gesehen habt, ist ein kleiner oder ein Mini-Hall von TM und ich habe mir dazu einfach einen Kaffee genommen und ihr werdet vielleicht im Hintergrund manchmal ein paar Geräusche hören, ein bisschen White Noise, wie jetzt, denn der kleine Wälder ist wach und sagt, nö, schlafen ist jetzt nicht, vielleicht ist es ja trotzdem eine ganz nette Atmosphäre, wir schauen mal, genau, und nebenbei trinke ich meinen Kaffee, denn es ist draußen eklig, kalt und regnerisch und, naja, wir fangen dann einfach mal an und zwar, ich liebe Kerzen, also wirklich super toll, gerade so Duftkerzen sind, wenn man so einen Hund zu Hause hat, dann riecht es doch auch mal schnell nach Hund und, ja, dann kann man neben dem Lüften auch ganz gut mit solchen kleinen Duftkerzen entgegenwirken und das ist noch eine sehr weihnachtliche Edition, da haben wir eine Apfel-Zimt-Duftkerze und die ist in einem Schinglas, da kann man das dann immer gleich direkt so hinstellen, ich stelle sie meistens bei mir auf den Esstisch und gerade wenn es dann schon dunkel ist, so um 5 Uhr ist es ja mittlerweile dunkel, dann kann man die schön anmachen, es erzeugt eine nette Atmosphäre und die ist von der DM eigenen Marke und deswegen ist die Preistee natürlich ziemlich gut dabei, ich glaube 1,75 hat die jetzt gekostet für so ein Glas, ich glaube da kommt Ikea schon fast gar nicht mehr mit vom Preis her und die riecht auch einfach wirklich sehr gut, ich habe hier auch noch eine andere Apfel-Zimt-Duftkerze, die ist von, lass mir nichts anderes sagen, ich weiß es nicht, von irgendwie Glade glaube ich ist sie tatsächlich und hat deutlich mehr gekostet, ich denke so 2-3 Euro und von der Größe sind sie ja im Prinzip identisch und vom Duft sind sie eigentlich fast gleich, also minimaler Unterschied, aber nichts was einen irgendwie stören sollte so, also, die ist mitgekommen, dann, was haben wir noch, dann der eigentliche Grund, warum ich hingegangen bin, war, ich wollte mir nochmal einen neutralen Nagellack besorgen und das ist jetzt der von, ups, von B2, der Nude Benefit Polish und zwar, ich habe früher sehr viel Nagellack getragen, aber in meinem Job, da arbeite ich mit den Händen sozusagen und da ist das nicht so sinnvoll Nagellack zu tragen, weil er dann doch bei 8 Stunden schnell abblättert und dann sieht das total bescheuert aus aber da jetzt meine Hände ja ständig vor der Kamera sind, dachte ich mir, könnte das vielleicht trotzdem nicht schaden, den ein oder anderen Nagellack mal wieder zu benutzen und ich dachte, bei so einer Nudefarbe ist das nicht ganz so schlimm, wenn ich es nicht vorher schaffe abzumachen, vor allem am Arbeiten da fällt das nicht so auf, wenn er abblättert und ich finde die Farbe eigentlich ganz nett passt zu allem und wie man sich vielleicht denken kann, werde ich wahrscheinlich auch ein Nailpainting ASMR Video machen, kann ich mir gut vorstellen außer wenn es ein totaler Fail wird beim Film, dann lasse ich das lieber so, ich trinke nochmal mein Kaffee als nächstes passend zum Nagellack habe ich ja natürlich auch ein bisschen Nagellack Entferner besorgt und hier nehme ich eigentlich immer den von Ebelin von dem weil er ist einfach also es ist einfach unglaublich gut ich habe früher natürlich ganz normalen Nagellack Entferner benutzt mit Wattepads und Bibao was hier immer eine riesige Sauerei ist und einfach so artig stinkt und das Schöne ist hier dass man ich schrub den mal auf ich weiß nicht, ob ihr das sehen könnt, aber der hat hier drin so ein so ein Schwämmchen so ein ganz dunkles und da kann man im Prinzip den Finger dann so reinstecken mit dem Nagel und darin so ein bisschen rumstochen und der entfernt dann eben den Nagellack das ist natürlich super praktisch man kann den sehr oft eigentlich verwenden ich habe das ich hatte einen, der hat recht lange gehalten glaube ich ich hatte einen Sommer, wo ich wirklich bestimmt, also jede Woche einfach mir die Nagellack lackiert habe und er hat den ganzen Sommer über gehalten natürlich irgendwann lässt die Wattung nach, weil er dann einfach schon voll ist mit den ganzen Nagellackresten aber absolutes super Produkt also wirklich, ich würde nichts anderes mehr nehmen wollen und vom Preis ist der, ich glaube der kostet 2,50, 2,95, irgendwie sowas also das ist nicht teuer das kann man wohl machen so bleiben wir nochmal bei Schminke oder Make-up da habe ich mir einfach nur einen ganz günstigen Concealer gekauft den von Essence und das ist der Stay Natural Concealer, den habe ich auch schon mal gehabt dann habe ich jetzt ganz, 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 ganz lange keinen Concealer mehr getragen weil ich das eigentlich nicht unbedingt gebraucht habe und leider war mein Leben in letzter Zeit einfach sehr anstrengend, deswegen dachte ich ab und zu könnte ich vielleicht doch mal einen Concealer gebrauchen und da habe ich einfach auch nur einen ganz, ganz günstigen Fall ähm, entweder müsste ich mal in ein vernünftigen Investieren wofür aktuell, äh, das Budget, was knapp ist und dann dachte ich, für das hin und wieder, wo ich den mal trage, reicht auch dieser günstige, und ich habe den schon mal gehabt, also der ist wirklich, eigentlich wirklich sehr gut der hat so ein bisschen ich kann ja mal gucken, ob ich den hier aufkriege, sonst das macht Zeug, ne ich habe ihn jetzt befreit von seiner Plastikkülle und zwar hat der hier vorne upsla der hat hier vorne so ein ein Pinselchen und dann kann man hier hinten dran drehen und da kommt dann irgendwann eben die Farbe raus und man kann sich damit schminken ganz, ganz einfach darf man natürlich nicht zu lange benutzen weil sonst sammeln sich da die Bakterien bei so einem günstigen Produkt ist das alles kein Ding das Produkt, was ich mir besorgt habe beziehungsweise habe das Styling-Produkt ist eben dieses Balea oder dieser Balea Haarlack den wollte ich einfach mal ausprobieren und deswegen habe ich auch nur die Probiergröße genommen Haarlack Ultra Power Stufe 5 also der sollte ein bisschen was was bringen maximaler Power halt für jedes Haar und gerade bei diesem feuchtkalten Wetter hier in Norddeutschland da braucht jede Frisur ein bisschen Unterstützung egal ob es nur ein einfacher Zopf ist oder irgendwas Aufwendigeres und da bei der Produkte auch recht preiswert sind dachte ich mir ja probiere das mal aus ich habe sonst immer den von Tuff der ist auch gut aber was Neues auszuprobieren schadet ja auch nicht einfach ein einziges Produkt habe ich noch und zwar war das kein geplanter Kauf sondern ein es stand an der Kasse und ich musste es haben kaufen und zwar ist es diese süße Eulendasse die hat innen drin auch eine kleine Eule und die ist eben tatsächlich nur eine Tassengröße und kein Becher also wenn man das hier mal vergleicht mit meinem aktuellen Kaffeebecher aber ich dachte mir wenn ich tatsächlich zwischendurch mal nur eine Tasse Kaffee trinken möchte dann brauche ich nicht immer das Kaffeeservice nehmen sondern kann zu dieser süßen Eule greifen und da schön hören sie war reduziert also ich glaube ich komme in diesem Video unglaublich billig rüber es ist trotzdem schon ein bisschen Geld spart als Student da guckt man dann tatsächlich doch mal drauf 60 Cent Feuer hat sie ich glaube da kann man es sehen 2 Euro ups falsch rum 2,75 Euro gekostet shh shh so das war es im Prinzip schon von meinem kleinen Mini Hohen ich hoffe er hat euch gefallen ich hoffe ich muss nicht zu viel rausschneiden denn der Hund war hier super aktiv zwischendurch falls also irgendwelche Lücken Video Lücken da sind vergibt es mir ich dachte ich nutze die Zeit um mal eben schnell das Video zu filmen bis zum nächsten Mal bis zum nächsten Mal ihr Lieben lasst gerne einen Daumen hoch da wenn euch das gefallen hat ja und wenn ihr noch nicht Abonnenten dieses Kanal seid dann dürft ihr das natürlich gerne noch nachholen macht es gut bis zum nächsten Video auf Wiedersehen auf Wiedersehen